Hallo, mein Name ist Anna Montaulek, ich bin 18 Jahre alt und mache seit meinem vierten Leben Zell-Judo. Mit der T-Shirt-Aktion möchte ich den Kreissport vom Zelle unterstützen, damit wieder mehr Kinder in die Sportvereine zurückkehren. Sport ist nicht nur fördernd für die Gesundheit, sondern auch für die Gemeinschaft. Und vor allem macht es ganz viel...